Hallo, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video von mir. Ja, ich war jetzt ein bisschen später, als ich eigentlich wollte. Nicht wahr? Ich hatte euch dieses Video ja eigentlich schon für letzten Mittwoch versprochen. Hüste. Jetzt haben wir Ostermontag. Bitte vielmals und Verzeihung, aber ich bin nicht eher dazu gekommen. Beziehungsweise Kameramann war nicht da. Wir können es ja auf ihn schieben. Der war nicht da. Ich konnte nicht drehen. Pech. So, ja. Was möchte ich euch zeigen? Und zwar, wie ja angekündigt, das Aufgebraucht-Video für März. Und ja, ich kann jetzt schon sagen, viel zusammengekommen ist nicht. Eine kleine Korrektur muss ich auch noch machen. Und zwar habe ich für Februar dann doch nur 24 Sachen, nicht 25. Weil eingetrocknete Kosmetikartikel zählen nicht. Habe ich nicht gewusst. Deswegen hatte ich ja die eine Mascara mitgezählt. Die ich ja nicht mehr verwenden konnte, weil sie eingetrocknet war. Und sind wir nun doch nur bei 24 Sachen gelandet. Hier das Tütchen. Bisschen Haushalt ist auch wie immer mit dabei. Und ja, das stoppen wir mal ganz einfach. Und zwar lege ich dann erstmal kurz los mit dem Haushalt, was hier so oben drauf liegt. Und zwar kennt ihr, habt ihr bei mir schon öfter gesehen, und zwar WC Frisch, dieser Klostein. Ähm, das war jetzt die Duftrichtung herbei. Muss ich sagen, ging so. Sie sind nicht schlecht. Aber ich persönlich bevorzuge ja hier hinten die abgebildeten WC Frisch Aktiv Blaue. Die gibt es ja auch in verschiedenen Duftrichtungen. Und mir gefallen die Blaue irgendwie besser. Ich weiß nicht, ob das auch daran liegt, eben weil das Wasser ja dann nachher blau wird. Ob mir das dann irgendwie mehr zusagt. Aber ich finde auch geruchlich sind die irgendwie ein bisschen besser. Also kann man kaufen. Aber wie gesagt, ich bevorzuge doch lieber die Aktiv Blauen. Dann habt ihr auch schon häufig bei mir gesehen, Vernel. Die Aromatherapie in der Duftrichtung Sandelholzöl und Gardenie. Ein Liter war drin. Kaufe ich ja immer, wenn es für 1,11 Euro im Angebot ist. Und also der Duft ist wirklich richtig, richtig schön. Riecht sehr gut. Ach ja, richtig. Im Moment steht zwar eins von Softland bei mir. Das ist das Kokos. Aber also auf dem Fall definitiv ein Nachkaufprodukt von mir. Wird immer wieder nachgekauft. Und ja, wisst ihr und kennt ihr, habt ihr schon häufig bei mir gesehen. Ich glaube sogar auch diese Duftrichtung habt ihr schon bei mir gesehen. Dann ist alle gegangen von, äh, ein Luki-Hop. Von Frosch, der Zitronen-WC-Reiniger. Ähm. Was? Flasche aus 100% Altplastik. Ja, ich kaufe ja gerne diese Frosch-Produkte. Sind dann zwar ein paar sehr teurer, aber sind halt umweltfreundlicher. Hier steht auch extra aus 100% Altplastik. Also komplett verwertet die Flasche. Und ja, hat seine Arbeit gut gemacht. Preis war glaube ich bei 1,75 Euro. Ich glaube 1,75 Euro hat er gekostet. Ja, Zitrone ist klar. Ich glaube den gibt es aber auch nicht anders. Den gibt es nur in, äh, in der Zitronen-Duft-Richtung. Steht auch schon wieder bei mir im Bad. Wird immer wieder nachgekauft. Den finde ich okay. Oder gut, besser gesagt. Wie gesagt, ich schlage das ja drauf, die Prozent mehr eben wegen, wegen der Umweltfreundlichkeit. Also ein bisschen gucken wir da schon drauf. So, und jetzt sieht es nach Kosmetik aus. Jawohl. Und zwar, das erste Produkt, was wir zählen, ist von, ich muss jetzt nochmal kurz ein bisschen, weil, ihr wisst, ich schneide Tuben ja auf, um wirklich alles rauszukratzen. Ist von Kneipp. Die, äh, Hautzart, äh, Körperlotion, ähm, mit Mantelblütenduft. Die war ja in einer Pinkbox drin. Ich fand es nicht schlecht. Äh, 75 Milliliter war drin. Also den richtigen Preis kann ich euch jetzt nicht mehr sagen. Aber, wenn es interessiert, schaut euch einfach mal meine Unboxing-Videos von der Pink, von den Pinkboxen an. Ich glaube, das war im Januar drin. In der Januar-Pinkbox. Und, äh, da sage ich ja die Preise alle an. Da könnt ihr noch einmal nachschauen, wenn ihr das gerne mögt. Ich persönlich würde sie nicht nachkaufen, weil sie, äh, wie soll ich sagen, ist schwierig zu beschreiben. Sie war gut, sie hat schön gepflegt, sie hat die Haut auch lange zart gehalten, also, äh, schön, schön weich gehalten. Also an der, an der Pflege gab es nichts auszusetzen. Aber, ähm, es ist was, Naturkompetenz, äh, also Naturkosmetik. Und es hatte im Nachhinein irgendwie so einen Geruch entwickelt, dann nachher von Apotheke. Und das hat mir dann nachher nicht mehr gefallen. Also die Pflegewirkung war super. Wen es auch nicht stört, im Endeffekt nachher irgendwie nach Apotheke zu riechen, ähm, kann ich die nur empfehlen. Aber ich persönlich würde es mir nicht nachkaufen. Also dieses, dieses ärztliche, nach Apotheke riechende dann nachher, also das hat mir definitiv nachher nicht mehr gefallen. So klar, die ist auch noch runtergefallen. Also Produkt Nummer 1. Produkt Nummer 2, was alle geworden ist. Katze auf den Schoß, Wind hier daneben. Wunderbar. Haha, Peach, das fällt gleich runter. So, Produkt Nummer 2 von Balea, mein, äh, Haarspray, alle gegangen. Habt ihr auch schon öfter bei mir gesehen. Ich kaufe das sehr, sehr gerne. Hat, ähm, Stärke 3. 300ml sind drin enthalten. Und bei mir, wisst ihr, genau, ein definitives Nachkaufprodukt. Immer wieder gern. Im Moment habe ich auch mal wieder Balea stehen. Quatsch. Wie blöd ist das Balea? Ich habe mal wieder Svella stehen. Ihr wisst ja, ich wechsle immer zwischen, zwischen Balea und dem Balea. Je nachdem, wo ich gerade bin. Zwecks kaufen, wenn das, wenn das letzte vorhergehend alle geworden ist. So, Produkt Nummer 2. Preis kann ich euch jetzt gar nicht sagen. Ich glaube 85 Cent. Glaube ich. Dann Produkt Nummer 3, Maske alle geworden. Auch schon häufig bei mir gesehen, die, äh, Hydro-Tuchmaske. Eine Anwendung ist da drin, also ein, so ein Tuch. Finde ich schön, erfrischt meine Haut immer wieder, ähm, die fühlt sich dann immer so richtig schön prall und mit Feuchtigkeit versorgt an. Also, ich mag die Maske und kann ich auch jedem nur empfehlen. Dann Produkt Nummer 3. Produkt Nummer 4. Zeige ich euch nun, aber ich habe hier auch drin noch, Moment. Die ist natürlich hundertprobe, ist ganz nach unten gefallen. Also, Produkt Nummer, was hatte ich jetzt gesagt? 1, 2, 3. 4, 5 und 6, was hier dazu gehört. Und zwar sind das die, ähm, die Hydro, was, Hyaluron-Booster. Ja, habe ich, äh, in diesem Monat drei Ampullen aufgebraucht. Also sind wir jetzt bei Produkt Nummer 6, weil die Einzelnen, die ziehe ich einzeln. Ich nehme die ja nicht als eine Anwendung. Und das war die Vorpackung dazu. Ist jetzt alle. Ich fand sie nicht schlecht. Ich habe es immer, vielleicht in das Frühs, habe ich mir die immer drauf gemacht, bevor ich mich geschminkt habe. Und alles insgesamt waren da, äh, sieben Stück drin. Die habe ich ja von meiner lieben Uli zugeschenkt bekommen, in unserem Trash-Päckchen. Ja. Und, ja, wie gesagt, ich fand sie ganz gut. Deswegen kann ich euch aber über den Preis nichts sagen. Und ich würde sie mir nachkaufen, ja. Hat mir auch ganz gut gefallen. Ja. So, dann Produkt Nummer 7, was bei mir alle gegangen ist, ist von Schwarzkopf von 3Wettertaft mein, ähm, Volumenschaumfestiger. Äh, ich habe jetzt gleich gemerkt gehabt, dass ich keinen mehr an Haaren hatte. Äh, es hatte überhaupt nichts mehr bei mir gehalten. Ich fand ihn recht gut. Hat auch wirklich lange gereicht. Also, äh, ich habe keine Ahnung, wann ich mir den mal gekauft hatte. Übelst lange her. Ich weiß gar nicht, ob es den in dieser Verpackung überhaupt noch gibt. Ähm, 150ml waren drin enthalten. Und, ja, wah. Heute habe ich irgendwie mir jetzt die Pfoten. Entschuldigung. Ja, also, wie gesagt, ähm, definitives Nachkaufprodukt. Kann ich empfehlen. Aber, wie gesagt, ob es das jetzt überhaupt so noch gibt. Und, auch in der Farbe. Ich habe mir jetzt eigentlich den von Vela noch geholt, äh, den Schaumfestiger. Ich könnte mich nicht erinnern, dass ich was Grünes habe, dort von Taft stehen sehen. Ne, kann ich mich da erinnern. Also, es könnte sein, dass es das so gar nicht mehr gibt. Äh, was war's? Kollagen-Push-Up-Effekt. Jedenfalls ist es alle. Nie war. Dann, Produkt Nummer 8. Alle gegangen. Die Limited Edition. Mein, äh, Coconut Kiss-Rasiergel von Balea. Das habe ich ja von meiner Fluxi in einem Paket gehabt. Äh, 150ml sind drin gewesen. Äh, mit Duft von Kokosnuss und Hibiskus. Also, ich muss sagen, die Hibiskusblüte ist mehr rausgekommen als Kokos. Ähm, ja, war ganz nett. Gibt's ja eh nicht mehr. Limited Edition. Aber, ihr wisst, ich kaufe die Balea Rasiergele sehr gerne. Weil sie, wie ich finde, wesentlich ergiebiger sind als das Rasiergel von Classic, was ich euch ja immer gerne mal zeige. War jetzt auch, glaube ich, im letzten Aufbrauchvideo von Februar mit drin, das von Classic. Da hatte ich ja gesagt, da war ich nicht ganz so zufrieden damit. So, dann habe ich alle bekommen. Produkt Nummer 9. Tup, 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 täh. Produkt Nummer 9. Und zwar von, äh, Batiste, äh, Trockenshampoo, die, äh, Probegröße. Da waren drin, da waren drin, 50ml. Ich halte das Fötchen davor. Das war ja jetzt die, äh, Original, äh, die Duftrichtung im Original. Gefällt mir persönlich nicht. Also, ähm, das hatte ich ja auch in einer Pinkbox drin. Ich habe ja jetzt eins in Originalgröße. Das neue, was es von denen gibt mit der Duftrichtung, ähm, Blüten. Das geht. Also, das finde ich nicht so schlecht. Aber, äh, in Duftrichtung Original, ich persönlich würde es mir da nicht nachkaufen. Der Duft hat mir... Na, Häuschen. Kleiner Dreckspatz, ja. Ich wundere, hä, wir waren gerade noch beim Mundespielen. Also, ähm, nur ein dreckiger Aussie ist ein glücklicher Aussie. Könnte nämlich sein, dass auch die seht. Ne? Und ja, also wie gesagt, ähm, für mich in, für die Duftrichtung alleine kein Nachkaufprodukt. Und ich würde mir auch so das als Trockenshampoo nicht nachkaufen. Ähm, ich fand, es hat trotz Ausbürsten, hat es bei mir so einen, äh, weißen Schleier auf den Haaren hinterlassen. Und ich glaube, ich bleibe keine Freundin von Trockenshampoo. Mal sehen, wie es dann nachher jetzt läuft mit dem, ähm, mit der Duftrichtung Blüte, was ich da jetzt ja noch habe. Also, im Moment kann ich mich mit Trockenshampoo nicht so richtig anfreunden. Also, für mich ist es kein Nachkaufprodukt. Dann Produkt Nummer 10. Auch von meiner lieben Uli bekommen. Und zwar Diva Deluxe, äh, Handcreme. Glamline. Keine Ahnung. Äh, ja, wie gesagt, hatte ich ja auch von, äh, meiner lieben Uli bekommen. Das war Duftrichtung Vanille. Habe ich auch Gott sei Dank aufgebraucht jetzt, ähm, weil ich habe jetzt alle Vanillesachen definitiv weggeräumt. Also, ich habe die Vanille, ähm, das Shampoo habe ich weggeräumt. Meine Körperlotion habe ich jetzt erstmal weggeräumt, weil ich will jetzt keine Vanille mehr im Frühling. Deswegen, die, da war jetzt nicht mehr viel drin. Und deswegen hatte ich das jetzt, ähm, März, das war gleich in der ersten Märzwoche, ist die leer gegangen. Ich sage mal, da konnte man es noch verwenden. Aber, ja. So, dann sind wir bei Produkt Nummer... Elf? Elf? Wir zählen danach nochmal. Ich glaube, ich bin bei elf. Und zwar ist alle gegangen, habe ich von meiner Füchsie im Weihnachtspaket gehabt. Oder im Geburtstagspick? Nee, 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 da wäre es noch nicht alle. Ähm, im Weihnachtspaket gehabt. Und zwar ist Balea Deuspray, äh, Magic Fairy Tail. Wunderschön. Ich war wieder eine kleine Erdbeere. Aber entweder habe ich da diesmal ein Montagsprodukt erwischt. Eigentlich reichen mir ja die Balea Deus. Aber das hat mir diesmal irgendwie nicht gereicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum. Das hat mir diesmal nicht wirklich gereicht. Also wisst ihr, was ich meine? Vom, äh, vom Schutz her. Obwohl es ja 24 Stunden Schutz. Also, nee. Nee, das hatte mir diesmal nicht gereicht. Duft war natürlich wunderschön. Ja, also schade, dass es das nicht mehr gibt. Ich war sehr gerne eine kleine Himbeere. Das Duschgel und die Bodylotion habe ich ja auch noch, ne. Aber, wie gesagt, also anscheinend ein Montagsprodukt. Ach, die Flasche ist eigentlich schon so schön, ne. Mag man gar nicht wegschmeißen. Die ist so hübsch gemacht. Naja, 200 Billiliter sind drin, wie immer. Und wie gesagt, vom Duft her alleine würde ich es definitiv nachkaufen. Keine Ahnung, warum das diesmal bei mir nicht gehalten hat. Ich weiß nicht. Schon war ein bisschen eigenartig. So, Produkt 12, 13, 14, oh Gott. So, jetzt kommen erstmal die ganzen Masken. So, Produkt 11 und 12. Wenn ich richtig gezählt habe. Aber wie gesagt, wir zählen dann nachher noch einmal beim Wiedereinsortieren. Und zwar, meine Kenntor, habt ihr oft genug bei mir schon gesehen, in die Anti-Pickel-Maske von Schebens. Wieder bei der Anwendung aufgebraucht. Und ja, ihr wisst genau, ich kaufe sie immer wieder nach und immer wieder gern. Dann aufgebraucht von Balea ein Badesalz, sanfte Erholung mit Jasmin- und Lilienduft. Die sind ja so sehr schön, diese Badesalze. 60 Gramm. Kriege ich ja auch immer geschenkt von meiner Füchsi. Das war ja auch ein Geschenk von Füchsi. Was mich ja wirklich an diesen Badesalzen stört. Also, der Duft hält leider nicht lange an. Ja, du riechst es, wenn du es reinkippst in die Badewanne. Und im Grunde ist es dann auch schon fast wieder verflogen. Und was für mich ja auch extrem schlimm ist, es gibt keinen Schaum. Und bei mir gehört in der Badewanne Schaum. Deswegen bin ich keine so ganz große Freundin von Badesalzen. Aber so gerochen hat es gut. Aber der Duft war sowieso sehr, naja, es steht ja auch sanft der Aune und Kraft. Der Geruch war sowieso sehr sanft. Und dadurch hat er sich auch ziemlich schnell verflogen, muss ich sagen. Er war nett, er war angenehm, aber leider nicht langanhaltend. Also ich persönlich würde es mir jetzt nicht nachkaufen. So, dann auch wieder zwei Sachets geleert. Meine erste Peel-off-Maske, die ich je benutzt habe, hat ganz schön im Gesicht geziebt. Zwei Anwendungen mit je 8ml waren drin enthalten. Hat auch gerade so gereicht. Ich würde es mir nachkaufen. Ich fand sie sehr gut. Aber ich habe jetzt noch andere Peel-off-Masken liegen. So, dann war ja in meiner Februar-Pinkbox, ja, waren ja drei Masken drin enthalten von Garnier. Erstmal zu allen dreien, super Produkt, hat mir sehr gut gefallen. Alle Teuchtebank, die, wie soll ich sagen, es reicht wirklich gerade so fürs Gesicht. Gesicht und ein bisschen Hals kriegt man vielleicht auch noch mit. Das sieht man, glaube ich, hier bei der Volcano-Maske, die wärmt. Allerdings nicht so extrem, wie ich mir das gedacht hatte. Der Effekt verfliegt sehr schnell mit der Wärme. Also, wie gesagt, es ist so eine Art Thermomaske für sichtbare Poren. Es reicht gerade so fürs Gesicht. Finde ich aber schlimm. Was ich jetzt wirklich schlimm finde, bei allen dreien, ist es eine Anwendung. Und dafür aber eine so riesengroße Verpackung. Ich hatte mir den Spaß gemacht und hatte es wirklich alles zusammengedrückt. Da ging der Inhalt dann wirklich bloß bis hier oben. Also, dass du wirklich nur pure skin active in der Höhe. Und dann hattest du wirklich alles hochgeknetscht und weiter unten war nichts mehr. Da hätte man auch locker zwei Sachets draus machen können. Ja, ich meine, wenn man hier die anderen daneben hält. Ja, also die sind genauso groß. Ja, bei Schäbens und es sind zwei Sachets. Und hier, diese sind jeweils alles nur eine Anwendung. Die sind schön, die Masken. Sie sind toll. Aber ich glaube, eine so eine Maske kostet 1,25. Und ich finde es total eine Mogelpackung. Jetzt kam ich erst nicht auf das Wort. Es ist eine totale Mogelpackung. Also man könnte hier echt wirklich zwei Sachets draus machen. Ja, das muss nicht sein, so viel Plastik in der Hinsicht zu verschwenden. So schön, wie die Masken auch gewesen sind. Ja, waren eigentlich sehr, sehr gut. Haben mir gut gefallen. Und normal, ich würde es ja auch nachkaufen. Ihr wisst ja, ich bin ja eh so ein Fan von Garnier. So, ach seht ihr? Hier, ich habe sogar noch eine Ampulle leer gemacht. So vor vier. Naja, jede Woche eine. Also ich habe wirklich in der Woche eine Ampulle plus aufgebraucht. So, dann was, was ich nicht zählen darf. Aber was ja trotzdem wegkommt. Also hammermäßig eingetrocknet. Die bröselt hier schon richtig. Schade, weil ich habe sie gerade vielleicht drei oder vier Mal überhaupt benutzt. Eine Mascara von Ricarda M. Und zwar, die war Turquise. Ja, also so richtiges schönes Grün-Türquise. Naja, und die habe ich hauptsächlich wirklich bloß im Herbst mal getragen, wenn ich was Oranges anhatte. So wie jetzt. Und also die ist vollkommen, das sieht man hier auch, die ist total, seht ihr bestimmt, total fest, total zerbröselt. Lässt sich leider nicht mehr verwenden. Sehr schade. Und genauso geht es mir mit der, ähm, mit so einer Auberginen-Mascara. Die war so braun, Auberginen. Ja, von Wet n Wild. Habe ich vielleicht auch gerade zweimal benutzt. Finde ich sehr schade. Ja, Wet n Wild. Die hatte ich mal geschenkt bekommen. Von einer Freundin aus Köln. Und ja, leider, leider auch eingetrocknet. Da weiß man ja auch immer nicht, wie lange sie vielleicht schon offen gewesen ist. Es war auch so eine Art kleines Trash-Päckchen. Und, naja, leider auch eingetrocknet. Zähl hier aber nicht mit. Und dann hat mein Mann was alle gemacht. Und zwar... Soll ich noch eins drin? Und zwar das Parfum von, äh, von S. Oliver. Hat er sich auch schon nachgekauft. Riecht sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also, schön männlich, aber nicht, äh, nicht zu aufdringlich. Preis kann ich euch jetzt gar nicht sagen. Der Schwab ist eigentlich sogar noch drin. Naja, aber er sagt, das ist alle. Er kriegt das nicht mehr raus. Und danach noch von, äh, Otto Ken. Otto Kahn-Mann. Das Ode Toilette Full Play. Hat er alle gemacht. Ach ja, ich krieg hier noch eins im Gegend geschmissen. Wie lange hast denn das schon alle? Länger. Länger, kurz. So, und das, mal sehen wie das. Finde ich persönlich das S. Oliver besser. Aber er fand's auch ganz gut. Aber Schatz, hast du das schon wieder nachgekauft? Nee. Das nicht, nee. Also, wie gesagt, da gefällt mir auch das von S. Oliver besser. Also das finde ich geruchlich nicht ganz so toll, das Full Play. So, und dann hat er mir hier gerade noch was gebracht. Was wir beide sehr gut finden. Und zwar von Tony Gard. Das Mint, das gab's damals, wo wir das entdeckt haben, gab's da sogar noch als Duschgel und als Bodylotion mit. Hat er auch sehr sparsam verwendet, ne? Weil die gibt's leider nicht mehr. Nur noch als Parfüm, ne? Duschgel gibt's. Ja, Duschgel gibt's auch noch. Aber die Bodylotion nicht mehr, nee. Das fanden wir sehr schade, weil wir das wirklich richtig super gemocht haben. Ne? Und das riecht richtig schön. Also das ist, nach, wie der Name so sagt, also nach Minze riecht's aber nicht. Aber schön, schön frisch und nicht der typische, naja, wie Männer eben so riechen, aber... Also das hier, das finde ich richtig, richtig gut. Also, Wahnsinn. Da geht's mir fast so ein bisschen, wie ich euch ja schon ein paar Mal erzählt hab, wie mit dem Cool Water, ne? Also, wenn er das so drauf hat, da könnte man gleich anspringen. Ne, Hasi? Ja, ihr Lieben, das war's. So, da zählen wir noch einmal, wie viel wir da nun... Entschuldige, Katze. Wie viel wir da nun insgesamt Produkte haben, was da nun eingetragen wird, ne? Für die Challenge. Also eins. Da, fünf. Das gehört ja dazu. So, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn... Hat das runtergefallen? Jawohl, entschuldigt. Und achtzehn. So, mehr Beauty-Produkte sind es diesmal leider nicht geworden. Ja, ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Video, was dann nachher Unboxing von der Pinkbox sein wird. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.